Sie haben Stunden damit verbracht, an Ihrer PowerPoint zu arbeiten. Und Sie haben sogar Ihre Präsentation ein paar Mal geübt. Und jetzt ist es soweit. Alle sind bereit. Sie beginnen zu sprechen über Ihr Plan, Ihre Strategie, Ihr Projekt. Und Sie schauen Ihre Zuhörer begeistert an. Aber Sie bekommen nicht zurück. Kein Lächeln, kein anerkennendes Nicken und zum Schluss keine Fragen. Wissen Sie, was Ihnen helfen wird? Beginnen Sie mit einer Geschichte. Präsentieren Sie Ihrem Zuhören ein spannendes Geschehen. Und vor allem nutzen Sie den Netflix-Effekt. Denn das verspreche ich Ihnen. Man wird nicht aufhören können, zuzuhören. Man ist ständig neugierig auf das, was als nächstes kommt. Und man wird noch lange über Ihre Präsentation reden. Präsentieren mit Storytelling. Mit meiner praktischen Methode können auch Sie es schaffen. Der nächste Workshop fängt schon bald an. Melden Sie sich an und präsentieren Sie auch fesselnd. Und dann können Sie sich an und präsentieren Sie auch ein paar Minuten.